I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey Yeah, I'm Therese and I'm from the Erzgebirge, at least I would say that I came from there Also, I've spent the most time in my life in my life But there I am not anymore Now I'm in Brandenburg and I think I'm going to spend a longer time in my life Ja, warum, warum werde ich wohl die nächste Zeit, die noch längere Zeit in Brandenburg leben? Da sehe ich für mich eine Perspektive, da habe ich Lust was aufzubauen, was Neues anzufangen Und mein Leben aufzubauen Und nicht nur meins, sondern auch zusammen mit meinem Partner Und ja, was auch immer noch für Menschen zu uns finden, mit denen wir zusammen was machen wollen Das ist alles noch sehr vage Jetzt bin ich erstmal hier in der Ausbildung im zweiten Lehrjahr Und ich habe noch zwei Jahre vor mir und kann deswegen noch gar nicht sagen, was alles noch kommt Es entsteht Ja, ich bin jetzt schon im zweiten Lehrjahr und habe schon zwei Jahre geschafft Und das muss noch zwei Jahre durchhalten Das klingt ja voll bescheuert Aber ja, es ist keine leichte Zeit Und vorher habe ich total viele verschiedene Sachen gemacht, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert Weil es so schwer ist herauszufinden, was ist das, was mich trägt Was ist das, was Sinn für mich macht Und auch nicht nur für mich, sondern auch hier in unserer Welt gerade eine Aufgabe ist, die Sinn macht Und das war schon immer meine Frage Das habe ich mich schon in der Schule gefragt Auch die Schule erschien mir irgendwie nicht so sinnvoll Und er wollte mich davon total lösen, um herauszufinden, was meins ist Also ich war auf Reisen Habe viele Menschen beobachtet Oh, ich habe so einen rauen Hals Da kommt das Sprichwort her, da bleibt mir die Spucke weg Das habe ich noch nie so erlebt Also ich war für ein halbes Jahr auf Reisen und habe total viele verschiedene Menschen dabei kennengelernt Und ganz viele verschiedene Arten, wie Menschen leben, wie sie ihr Leben gestaltet haben Ich kannte nur das von meiner Familie, von den Menschen drumherum Und habe immer wieder gemerkt, nein, ich will so nicht leben Das erfüllt mich irgendwie nicht Das ist, als würde ich in irgendein Schema treten Und das war das erste Mal, wo ich gesehen habe auf der Reise Wie Menschen einfach auch aus ihrer Freiheit heraus ihr Leben gestimmt haben Und ich habe natürlich dann auch gemerkt, was dockt an in mir Und wo will ich schnell wieder weiterreisen Und nach einem halben Jahr hatte ich dann genug davon und dachte so, jetzt muss ich zurück Jetzt muss ich ankommen Jetzt will ich das mitnehmen, was ich eingesammelt habe Und gucken, was ich draus mache Und dann kam ich erstmal in eine große Stadt Dresden Kennen ja so viele Menschen, die Stadt Und da habe ich dann drei oder vier Jahre gelebt Und irgendwann gemerkt, ich kann da gar nicht leben Das ist kein Lebensraum Das ist einfach nur toter Asphalt Und das ist Lärm, Dreck Total viel Bewegung, Überreizung Dort habe ich auch eine Ausbildung gemacht zur Körpertherapeutin Also das war eine spezielle Massageart, die wir gelernt haben Die sehr tief in das Gewebe reingeht Das heißt Tiefengewebsmassage Da kommen so viele Prozesse entgangen Seelische Prozesse Ich war die Jüngste in der Ausbildung dort Alle anderen waren über 40 oder Anfang 40 Und ich war knapp über 20 Und merkte da das erste Mal so ganz intensiv Boah, ich stehe nicht auf meinen Füßen Die anderen, die können das schon machen Die stehen schon im Leben Die stehen auf beiden Füßen Die sind verwurzelt Die können anderen Menschen zuhören Die können andere Menschen begleiten Die können denen was mitgeben Und ich, ich stehe noch nicht Ich habe die Verbindung noch nicht Ich brauche da noch was Und dann sind ganz viele Zufälle passiert Dass ich herausgefunden habe Dass es eine Ausbildung gibt Die nicht so ist wie die Schule, die ich kenne So als Lernart, Lernort Was ich so verabscheut habe Und habe dann einfach gesagt Ja, das mache ich jetzt Ich mache, ich will Gärtner lernen Das ist das allergrundlegendste überhaupt Weil irgendwas Essen brauche ich Also alles andere Ich wollte Schneiderin werden Ich wollte irgendwie malen Oder Kunst machen Kunst studieren vielleicht auch Oder ich wollte in die soziale Richtung gehen Ich habe auch mal ein FSJ angefangen Und merkte irgendwie Nein, also Ich merkte immer wieder Nein, das ist es nicht Sondern ich will etwas mit meinen Händen machen Was am Leben dran ist Und wovon ich Also erstmal nur von mir selber betrachtet Wovon ich auch leben kann Die Grundlage irgendwie war Also Ernährung Alle brauchen das Und um etwas Gutes machen zu können Brauche ich gutes Essen Und auch dieser Aspekt Der tauchte dann auch für mich auf Nämlich dieses Verbundensein mit dem Boden Also den Kontakt zum Boden Den ich Wo ich ja merkte Den habe ich nicht Ich stehe nicht auf meinen Füßen In der Welt Das tauchte dann auch auf Ja Diese große Sehnsucht nach Verbundenheit Verwurzelung Ja Auch mit den Jahreszeiten Mit Rhythmen In der Stadt Da ist ein ganz anderer Rhythmus Als eigentlich In der Natur Und man kann sich dem Stadtrhythmus schwer entziehen Das ist wie eine große Flut Wie eine Welle Wo man einfach mitgerissen wird Und wo es viel Kraft braucht Immer wieder herauszutreten Sich hinzustellen Und durchzuatmen Und zu gucken wieder Wo stehe ich eigentlich Das ist ganz schwer Ja Das waren die Das waren meine ersten Ideen Wie Die mich dann dazu gebracht haben Um mehr zu lernen Über das Gärtnern Über die Biodynamik Und Ja Von der Anthroposophie Habe ich da noch gar nichts Gewusst Zu dem Punkt Ja Weil nachdem für mich dann total klar war Ich muss diese Ausbildung anfangen War es aber gerade Dieser Zeitpunkt Wo Eigentlich die Ausbildung schon angefangen hat Für das Jahr Es war schon im März Da fängt das an Und Ich hatte keine Zeit mehr Irgendeinen Hof zu finden Mir war klar Ich muss sofort jetzt meine Sachen packen Und irgendwo neu anfangen Und Ich habe nur drei Höfe gefunden Die mich noch nehmen konnten Ich habe die sofort alle besucht Und Hatte Daher keine große Auswahl Ich wollte eigentlich gar nicht so weit weg Aber dann bin ich einfach Von Sachsen nach Brandenburg gegangen Und war dann jetzt zwei Jahre auf eine Gärtnerei Da gab es keine Tiere Es war auch nicht so ein typischer Hof Wie man es so kennt Mit den verschiedenen Organismen Mit Tierhaltung Acker und Gemüse Was so zusammenläuft Sondern es gab nur das Gemüse Ja Und jetzt steht für mich ein Hofwechsel an Und ich hoffe ich muss nicht so weit weg wechseln Eigentlich lebe ich gerade in zwei Höfen gleichzeitig Also einerseits arbeite ich auf dem Hof gerade Wo ich jetzt gerade so noch bin Und andererseits bin ich aber schon dabei selber etwas aufzubauen Ich habe einen Menschen kennengelernt mit dem ich jetzt zusammen lebe Der hat einen ganz kleinen Hof Und ich bin da jetzt mit dazu gezogen Der ist gleich in der Nähe von dem wo ich meine Ausbildung mache Und eigentlich tue ich gerade beide Ich lerne auf dem Hof der Ausbildung Oder ist ja dieser Gemüsebetrieb Wie es geht Und kann gleichzeitig schon die Sachen direkt mitnehmen Und schon dort in dem Umfeld In unserem Garten ausprobieren Und dann einbringen Ja, es sind eigentlich zwei Welten Und ich weiß, dass ich auf dem kleinen Hof Wo ich jetzt lebe Bleiben werde Auch wenn ich jetzt einen Hofwechsel vornehme Das ist jetzt mein Zuhause Ich bin angekommen Endlich Nach Jahren von Suchen Und ich habe einen Ort, wo ich etwas aufbauen möchte Wo ich bleiben will Und der viele Möglichkeiten bereitet Ja, so einen Ort gefunden zu haben Das ist ein Riesengeschenk Ich denke, dass ganz viele Menschen Gar nicht die Möglichkeit haben Ihren Ort so intensiv zu suchen Und ich habe ihn einfach gefunden Ganz zufällig Also nicht zufällig, glaube ich Vielleicht Es ist einfach notwendig für mich Dass ich da jetzt dann auch hingehe Ja Ja Aber noch habe ich ja noch zwei Jahre vor mir Noch zwei Jahre, wo ich nochmal Sachen in meinen großen Rucksack einpacke Also so sinnbildlich gesehen Neue Erfahrungen Und ja, mich noch ein bisschen weiterentwickeln kann Das alles packe ich dann noch da rein Bevor ich dann zu diesem kleinen Hof Wo ich jetzt schon halb lebe Wirklich hingehen kann Und gerade so eine spannende Zeit Ich habe nämlich noch keinen Hof Muss den aber jetzt schon wechseln Und das ist total schwer für mich Einen Hof zu finden, an dem ich sein kann Weil ich habe jetzt schon viele Höfe gesehen Und es ist unglaublich zerreißend für mich oft Auf einem Hof zu sein Und wahrzunehmen, dass die alle in diesem Ding stecken Von Wir haben unsere starke Ideologie Die leben wir hier auf dem Hof Da sind wir mit dem Herz dabei Und auf der anderen Seite Und das ist der Markt Und das ist, wo eigentlich gerade die Welt insgesamt steht Das wird erwartet Und jeder Hof muss so einen Spagat machen Muss sich mal auf den Markt einlassen Und der Markt ist nicht so wertschätzend Und es gibt noch zu wenige Menschen, die verstehen, dass eine Möhre nicht nur ein paar Cent kosten kann, sondern dass da eben wirklich viel Arbeit da dran steht Damit viel Arbeit damit zusammenhängt Oder auch auf der politischen Ebene gesehen Es ist da einfach viel zu wenig entgegenkommen noch Und daher stehen diese Höfe in diesem unglaublichen Spagat ihrer Ideologie zu folgen Dafür bekommen sie häufig zu wenig Geld Und müssen aber trotzdem als Hof funktionieren Und zwischen denen passiert dann ja der Arbeitsalltag Also aus diesem Druck heraus zu überleben, zu bestehen, auch Stress Und aus diesem Stress auch Konflikte miteinander Viele unbewusste Äußerungen Gerade auch wenn Hierarchien auch auf einem Hof in so einer Stresssituation noch so richtig hervortreten Ich stehe da ja ganz unten, rein hierarchisch gesehen, als Auszubildende Ja, und das ist echt ein großes Spannungsfeld Es gibt diese Idylle Und es gibt auch die Momente des totalen Einklangs So miteinander mit den Menschen, auch mit der Arbeit Ein totales Verbinden damit nach stundenlangen Jäten Ein Finden zu sich, zu seinem Körper, zu der Bewegung Zu dem, wie mache ich das mit dem Messer Am feinsten, am schnellsten Natürlich auch, aber das kommt auch auf diesen inneren Rhythmus drauf an Wo ist mein Rhythmus, wie ist mein Tempo, das meine ich jetzt mit Schnelligkeit Das wird dann, wenn man es drauf hat, von alleine zügig Aber ja, dieser innere Rhythmus Dann die Pflanze immer mehr, wie die Pflanze dort ist Und solche Momente gibt es natürlich auch Und das sind dann die nähernden Momente Aber jetzt zu meinem Punkt Der Hofsuche Finde ich unglaublich schwer, mich für einen Hof zu entscheiden Eben, weil alle in diesem Spannungsfeld stehen Und das unglaublich viel Kraft kostet Und es auch unglaublich viel Arbeit ist Ich muss mich jetzt entscheiden Wo ich als nächstes hingehe Ja Dadurch ist das vielleicht gar kein Spannungsfeld unbedingt, was auf den Höfen da ist Also ein Spagat Also es ist vielleicht kein Spagat unbedingt Zwischen dem Kampf um das Bestehen Um das am Markt bleiben Und zwischen dem Das ist unsere Idee Für die stehen wir Sondern vielleicht ist genau Vielleicht ist es keine Spannung, sondern es ist ein Miteinander Oder es ist beides wichtig Um auf dem Boden stehen zu bleiben Und nicht abzuheben in der Idee Und aber auch nicht zu verbiegen für den Markt Also jeder Mensch darf so einen Tanz machen Einen Tanz zwischen dem Ich tue etwas, was von mir erwartet wird Von der Welt Ohne dass ich das nicht tun könnte Was meine Idee ist Was meine Ideologie ist Das ist wie ein Tanz Und eigentlich machen wir alle Menschen den Tanz Ob auf einem Hof oder nicht Ja, es könnte einen zerreißen, aber es könnte auch ein Tanz sein Das ist ein schönes Bild Vielleicht finde ich jetzt besser einen Neuenhof Ja Wir können uns unsere Idee immer annähern Also das ist unser Weg Unser Ziel oder unsere Kraft auch Aber wir sind alle Menschen und nicht perfekt Und wir leben jetzt auf der Welt In den Umständen, die eben wir vorfinden Und mit diesen können wir hantieren Und indem wir uns abkapseln Und unsere Ideologie verherrlichen Dann nutzt eigentlich niemanden was davon Weil dann stehen wir nicht damit in der Welt Und können das nicht an die Menschen weitergeben Also wie das Gemüse zum Beispiel Sondern dann sind wir abgekapselt, isoliert Ja, das ist auch nicht der Sinn Was ist meine Mission? Darüber habe ich schon oft nachgedacht Eigentlich steht ganz zentral immer wieder Da komme ich, wenn ich darüber nachdenke, immer wieder hin Meine Mission ist Wahrhaftigkeit Also mit der Wahrheit zu sein Wenn ich mit meiner Wahrheit bin, dann habe ich gemerkt, dass Menschen um mich herum das spüren können Und ich möchte niemandem sagen, wie man leben kann Sondern ich möchte, dass die Wahrheit einfach strahlt Und wenn ich andere Menschen sehe, die etwas tun, was sie erfüllt Was für die ihre Wahrheit ist, dann ist das spürbar Das steckt an Das gibt auch Kraft so miteinander Sich darüber auszutauschen Oder das einfach nur zu sehen und wahrzunehmen Genau, also an der Wahrheit sein Die Wahrheit herausfinden Das ist, warum ich hier auf der Welt bin Aber wie genau es aussehen wird Da bin ich im Prozess Ich weiß noch nicht genau, was mein Weg ist Also ich weiß noch nicht, was ich damit anfange, wenn ich die Ausbildung fertig habe Klar, ich baue Gemüse an Das möchte ich erstmal selber essen Aber wie groß wird unser Hof? Wie viele Menschen lassen wir daran teilhaben? Wie viele Kinder können da leben? Leben dort Kinder? Dürfen dort Kinder aufwachsen? Ja, welche Menschen beziehen wir mit ein? Das sind alles noch Fragen, die Ja, die müssen sich noch entwickeln Die muss sich noch in mir bewegen Das kann ich noch nicht sagen Aber ich muss bei meiner Wahrheit bleiben, um das herauszufinden Ja, aber ich merke schon, dass das ein guter Weg ist, den ich eingeschlagen habe Also weil dieses Tun einfach so wahrhaftig ist Oh, wie soll ich das beschreiben, warum das so ist? Aber es erfüllt mich Jetzt sind wir ja gerade hier, mein Lehrjahr auf dem Dottenfelder Hof zu der Winterschule Und bekommen jeden Tag so viel, so viel geschenkt Wir können uns von früh bis Abend anhören und gezeigt bekommen, wie der Hof hier funktioniert Aber auch noch viele andere Themen auch über die Anthroposophie oder in andere anthroposophische Themen werden wir hineingeführt Und auch da merke ich, da steckt so viel Wahrheit drin Bei vielen Sachen, die mir hier einfach erzählt werden, spüre ich innerlich, das dockt an Das kenne ich irgendwie Also das ist mir irgendwie bekannt, das kann ich irgendwie nachempfinden Und auch da ist es diese Ursprünglichkeit Die Ursprünglichkeit, wie wir als Menschen auf der Welt sind Wir sind verbunden mit dem Tierreich, mit dem Pflanzenreich Und wir haben die gestalterische Kraft, weil wir ein Bewusstsein haben, uns einzubringen Und wir können das reflektieren Genau, wir haben diese gestaltende Kraft Und dieses Forschen, was sind wir Menschen? Wie haben wir uns entwickelt? Und was steckt alles in uns? Das ist auch Wahrhaftigkeit Und immer wieder bei den Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben, merke ich innerlich Ja, das will ich machen Bienenhaltung, wie sinnvoll Da kann ich wirklich was tun, da kann ich gestalten Ich kann wie ein Volk halten und kann in diese Aufgabe hineinwachsen Und ich kann schöne Hecken pflanzen, die total viel nützen, die in Prozesse und Kreisläufe aufgehoben sind und wichtig sind Ich kann als Mensch gestalten Und ich glaube, das ist mir besonders in den letzten Tagen zusätzlich zu dem Ziel für mich, Wahrhaftigkeit zu leben, noch hinzugekommen, dieses Ich will gestalten Wow Das war aber schön Kannst gut reden Das ist nicht gelogen Das ist mein Scherz Das ist ein Scherz Das ist nicht gelogen Warte Bis zum nächsten Mal.